Das aktuelle Heimspiel. Spiel der Woche. Präsentiert von Enya Glass aus Rheine und Malergeschäft Wenders aus Emstetten. Sechster Spieltag der Kreisliga-Arssteinfurt. Spitzenspiel. Die zweite von SV Borussia Emstetten gegen die Sportfreunde Gellendorf. Wieder ein packendes Flutdienstspiel unter der Woche. Das alles und noch viel mehr im aktuellen Spiel der Woche.